Mein Name ist Helmut Froschauer. Ich komme aus Wien und bin Ehrendirigent des Rundfunkorchesters in Köln seit vielen Jahren und mit dieser Aktion wollen wir unsere Kollegen in Holland unterstützen. Wir wissen und schätzen die Holländer als Kulturnation aller ersten Range seit Jahrhunderten und es wäre schade, wenn durch irgendwelche Maßnahmen das Kapital dieser Kulturmacht ein wenig eingeschränkt werden würde. Besonders als Wiener bin ich stolz, nachdem eine unserer ältesten Kulturinstitutionen, nämlich die Wiener Sängerknaben und die Hofmusikkapelle, wo ich auch als Dirigent tätig bin, auf eine holländische Gründung zurückgeht. Daher ist es mir ein persönliches Anliegen, dass sich die holländischen Musikkollegen sehr wohl fühlen und dass wir vielleicht ein bisschen mithelfen konnten, ihren Wünschen in jeder Art zu entsprechen. Und das ist mir ein persönliches Anliegen, sondern auch in der Regel. Das ist mir ein persönliches Anliegen, das ist mir ein persönliches Anliegen, der Zereign auf die Menschen. Und das ist mir ein persönliches Anliegen. Und das ist mir ein persönliches Anliegen, der Zereign, um zu weten, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020